Berlin-Westhafen und ein strenger Blick vom Hafenmeister. Er hat hier die Verantwortung für alles, was täglich im Hafen passiert. Marc, was war da rein? Harald Busch ist schon seit 33 Jahren dabei. Ich habe mal als ganz einfacher Arbeiter angefangen und das war ein sehr langer Prozess. Bis über die Wände rüber? Bis über die Wände rüber. Noch zu DDR-Zeiten hat er hier gearbeitet, direkt hinter der Mauer im Ostteil, mitten im Grenzgebiet an der Spree, im Osthafen. Heute entsteht hier eines der größten Investitionsprojekte Berlins, die Ansiedlung der Kreativindustrie. Zum ersten Mal seit Jahren steht Harald Busch wieder auf seinem alten Hafengelände. Macht das schon ein bisschen melancholisch eigentlich? Ja, ja, wäre schon melancholisch ein bisschen dabei. Hab so manchen Schweißtropfen hier vergossen. Aber das ist nun mal so. Aber nicht mehr wiederzuerkennen. Vor der Wände zählte der Osthafen zu den wichtigsten Binnenhäfen der DDR. Für Hafenarbeiter wie Harald Busch bedeutete das eine ständige Überwachung durch die Grenzpolizei. Nur 100 Meter Spreewasser lagen hier zwischen Ost und West. Ich habe hier gearbeitet, 25 Jahre, habe solche Kräne gefahren und habe immer neidisch nach dem Westen geguckt. Weil dort drüben auch ein Kran steht. Der Mann macht ja nichts anderes als ich auch. Aber ich habe mir immer überlegt, ich werde niemals dorthin kommen. Und mit dem Tag der Wende ist es dann passiert und dann war ich mit mir im Reinen. 20 Jahre später, nach dem Mauerfall, zieht die deutsche Hauptstadt gerade wegen ihrer Geschichte Touristen aus aller Welt an. 18 Millionen Übernachtungen waren es im vergangenen Jahr. Das lockt Investoren wie MTV, BASF oder Universal Music an die Spree. Erst vom Wasser aus erkennt Harald Busch so richtig, wie viel bereits renoviert wurde. Das war mal ein ganz großes Papierlager, so lange wie ich mich erinnern kann. Dort wurden sämtliche Zeitungen, die es in der DDR gab, beliefert mit Papier. Wo früher Papier lagerte, wird heute Mode verkauft. Ein Wandel von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, für den Unternehmer wie Stefan Sieler stehen. Er hat hier mit seiner Firma investiert. Jetzt stellt er Designern und Modeexperten den Neubau vor. Gut, wir beginnen hier im Entree des neuen Gebäudes. Hier ist sicherlich das herausragendste, diese Showtreppe, die wir uns gegönnt haben. Stefan Sieler hat schon das zweite Modezentrum im ehemaligen Osthafen aufgebaut. Bis Januar, pünktlich zur Trend-Modemesse, Bread and Butter, muss alles fertig sein. Zurzeit richten internationale Modefirmen ihre Showrooms ein. Das Geschäft läuft überraschend gut, freut er sich. Die meisten Ladenflächen sind bereits vermietet. Man wirft ja Berlin immer vor, dass es so arm sei, dass die Kaufkraft so gering sei im Vergleich zu Düsseldorf oder Hamburg-München. Das wird aber schon sehr hoch ausgeglichen durch die Touristenströme, sodass also der Unterschied zu anderen Großstädten immer geringer wird, was dieses Kaufkraft-Argument anbetrifft. Aber nicht alles sieht so gut aus im vereinten Berlin. Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor hoch. Ich denke, dass das auch eine ganz gute Chance ist für Berlin. Also nicht nur die Modebranche, sondern die gesamte Kreativindustrie. Das ist eine ganz große Möglichkeit für Berlin. Und das ist auch die Lösung für Berlin. Die Hauptstadt steckt immer noch mitten im Strukturwandel. Doch für viele Investoren ist genau das der Charme Berlins. Und so profitiert die Stadt auch von ihrer einmaligen Geschichte. Så ist sie verankt ihr ja nicht. Nept intermediary für screw-Man haben. Zum 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 happened. Warum darf ich mit dem Neuen기자ppen nur das vor innen? toolbox Jesus USA Yuan transfersihlasured, Vers conceal to den beiden competitions.